Wenn das Versuch wird gezielt das Nicken der Kasse hier angeregt, man hat vorne einen Hub von 15 Millimetern, hinten ebenfalls, die vorderen und hinteren Zylinder bewegen sich aber hier gegenphasig. Wenn der Vorderer hoch geht, geht der Hintere runter und umgekehrt. Die Frequenzen belaufen sich wieder zwischen 0,5 und 4 Hertz, die Amplitude der Anregung beträgt 15 Millimetern. Er langsam steigert sich die Bewegung der Karosserie, die Bewegungen werden größer. Wir sind jetzt in der Resonanz. Und jetzt kriegen die Schwimmungsamplituden wieder ab. Die Bewegungen werden kleiner und die Resonanz ist überschritten. Wenn wir die Frequenzen noch weiter steigern, wird diese Nickbewegung immer kleiner werden. Und jetzt kriegen wir die Frequen. Untertitelung des ZDF, 2020